Herr Holzhausen, ich würde mich vorher noch bitten, für die Gruppssieder-Einwahl-Klasse bereit zu haufen, die Führungssieder und die Sieder aus folgenden Klassen, aus der Zwischenklasse, der Rochner-Klasse und der Sieder-Klasse. Alle Vereinigten an dieser Klasse bitte bereit halten. Danke. Sollte jedoch ein erstplatzierter bereits Klubsieger sein, bekommt man natürlich nur zweifplatzierte mit der Regierung. Aber während wir es haben, wo wir dahinter in den Handeln haben, aber die Gesamtheit als Güte, der ist auch gut. Ich verurteile das ja auch nicht. Aber ich sage einfach, die Sieder von meinen Güten, die Schwester-Einwahl-Klasse, der ist auch gut und ich würde es nicht machen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.